Hallo ihr Lieben, mein Name ist Gregor Meile und ich freue mich sehr, wenn ihr euch sozial engagiert und zwischen 12 und 25 Jahre alt seid. Und zwar geht es um den SautiQ Act Now Jugend Award 2015, wo ganz tolle, großartige, berühmte Menschen da sind, die diesen Award verleihen. Unter actnow-award.de werdet ihr alle Informationen finden und ich finde es ganz toll, wenn ihr euch sozial engagiert. Alles Liebe, bis dann, euer Gregor. Ciao.